Willkommen zurück zur Leta Wieso, oder wann? Oh Mann, ey Oh, da lang Schön, dass ich wieder halbtot bin, ey, 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 kotzen Ist das ein Scheiß hier, ey Vergiss das, ey, das schaffe ich doch niemals hier, ey So, wie jetzt noch mal komme? Ja, wie jetzt noch mal komme? Entfernen Sie doch nicht zu dürfen Denn, es ist bunt, dabei Das heißt, ich werde nicht in der Lage, wie jetzt noch mal kommen Ich kann mir nicht in der Lage Egal, es ist immer noch nie Man muss lang, ey. das schaffe ich doch niemals Mann, 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 ey Du sollst den Stein nehmen, verdammt Ich scheide, dass ich halb tot bin, schon wieder Oh, das braucht noch einen Stein Ich muss so ganz in Ruhe machen hier Fingerspitzengefühl von Freunden Okay wisst genau wo die alte ist nur den stein brauche ich ganz ruhig bleiben kriegt das hin es muss ich da nur noch irgendwie hinkommen oh nein bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht oh komm, geh weiter nofomia Der Poster wurde bis dahin. Ja. Fuck, ich hab mich verlofen. Weiß ich, ich hab mich verlofen. Komm, Baby, komm. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Ich mach drei Kreuze, wenn ich das Verfluchte geben durchschaue. Scheiß auf die Dokumente jetzt, Alter, ich will das hier durch haben. Ich will das jetzt einfach durch haben. Oh, eins füllt noch. Boah, jetzt muss ich keinen Fehler machen, ey. Bloß keinen Fehler machen. Oh, ich hab die Schlampe schon da gehört. So, was passiert jetzt? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hoffe, ihr sprechert ab, ey. Bitte, bitte. Ja, weil... Abge-saved. Sehr schön. Jetzt fliegt nur noch zurück, ey. Oh, drei Kreuze. Ich hab das Game geschafft, Alter. Gut, das ist doch interessant, Alter. Das ist einfach nicht 아し. Jetzt mal wiederилen. Das ist ein Gespräch. Ich habe einen commute, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab's trotzdem gepackt, ey, geil Dann bedanke ich mich schon mal für die Zuschauen Euer Razer, alles gut Bis dann, bis zum nächsten Mal Ein Gold